Neu im Sky Store. Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Nach Jahrhunderten des Friedens will eine unbekannte Macht alles zerstören, was wir geschaffen haben. Jetzt. Link bis Rons visionäres Abenteuer kaufen und sofort auf allen deinen Geräten erleben. Und beim Kauf gibt es die Blu-Ray oder die VD-Versandkosten frei dazu. Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Jetzt schon im Sky Store zum Kaufen oder 30.11. zum Laien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017